Okay, so die Gimura, man hält eine mit Beiß, dass umröwe, umröwe, kutzer wird auch ein Gegräugeres, der Gegräugeres ist ein Schirr, wuss man schaue bei der Schabas, mit dem man in der nächsten Peirik weiß einer, muss man geschnitten, wieviel und vier darf er schneiden, so der Schirr ist ein Gegräugeres, in der selben Sache ist eine Muldweiz, wieviel darf er machen, der Schirr ist ein Gegräugeres, so bekehrt sich und sie hat nicht die Chemie verstanden, weil sie nur noch die Schirr, die Schirr, bei der Schirr, als das Gegräugeres ist, es hat er vergessen, das ist ein Gebet, dass er hinter dieses Gegräugeres ist, was man trennt, die Schirr, der Gebet, die Geschef, die Gegräugeres ist, in der Schirr, die 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 Schirr und die Schirr. Es braucht eine weitere Arbeit, aber die nächste Arbeit, die wir tun haben, hat er vergessen, dass man tun ist. Ich würde sagen, dass der Mensch ein bisschen lehrt auf Schicke. Er hat vergessen, dass man tun ist, dass man tun ist, arbeiten. Aber man kennt einen anderen, dass man ein bisschen macht. Man kennt einen praktischen Zeug. Lass uns sagen, dass er gemeint mit einer Maschine mögen wir ja. Er sagt, arbeite mit der Hand, schneide mit der Hand, muhe mit der Hand, aber muhe mit der Leiter, das mögen wir ja. So, in der zweiten Woche, wenn er gearbeitet hat er gewusst, dass er schicke, dass er schicke, dass er schicke, aber er gemeint, dass der Öfen, wie er tätig ist, mehr gemäß dich. So, die gemäßt, in der Neu-Dala, hat er sich in der Katsire, in der Schicke, in der Schicke und in der Melochis. Nur, dass er sich geschafft hat, zwischen der ersten und der zweiten Woche, hat er nicht geschafft, dass er da bringen nachher. Weil, wenn er sich dem Mann, der erste Mal aus der Schicke, hat er nicht gedacht, dass er hat gearbeitet. Also, der erste Mal, wenn man um 14-jährige Punkt ist, national angeht, hits der Fall und sagstварist und... So hot đấy ist er für die Hand helps, aber nicht mehr Arbeit. destiniert, gib'sen wird freelance, dass er schicke, بdies und zum Basket w姑 Mama wird um. So, okay. Nur das mal nicht maker, dass er eine Suppe an zuerst und alles genug ist. Nur, wenn man um den stuffs bedrohen, dass er weinbar ist, dass er nachher durch frontenddott si village ist. Therefore, nur das mal diesen bl Namen, er weiß nicht mehr, dass er schicke abt, dass er fortune ist und die Lambation étantt vêne, Beide sie dann stellen, dass man das Ergebnis in den einen Kitzigen. Das ist die Welt. Und das kann man dies in den Kitzigen. Und das ist in der Kitzigen. Aber wenn man das Ergebnis hat, der Herr Aussicht ist, dann bringt das ein Schnitt, wenn man sich auf diesen Lehrern SHA andet den Kitzigen, oder, wenn man ein paar Jahre lang nimmt, dann muss man nicht nur noch Arbeit mit dem Tag machen. Es gibt es auf den Kitzigen, sondern man kann sich auf den Kitzigen und die Kitzigen. Und die sind immer wieder. Und dann antwortet, weil du das nicht so genau, die zwei immer noch nicht so, die b收enten sind. Und die sind immer noch mal an der Tagzeiten, das sind die Mitte der Mishnah. Das heißt, wir können nicht 1-1-1 Das heißt, wir können jetzt die 1-1-1 sein-2 haben, dann können Sie nur noch 1-1-2 auf K chorez und eine Tagzeiten, weil dann es nicht alles klappt, Aber wir können nicht mehr eins mehr für einen Tagzeiten. Wir können jetzt, Also, wie bald das der Echates, was er bringt zufrieden, keine Jöter an der Nachmittag Ocht, weil beide es Ketzir an Shabbos und beide es Tachin an Shabbos. So, die Gemüse, die Echates, was er bringt zufrieden, das heißt, der Ketzir, was er bringt zufrieden, Arbeit für die Nachmittag Dike Ocht, und der Tachin, Arbeit auch für die Nachmittag Dike. Weil, so die Gemüse, die Ketzir gerät ist Ketzir, und Tachin gerät ist Tachin. Die Echates, was er bringt von der Ketzirat Zafri, schläbt, also soll der Ketzirat von der Nachmittag, und der Tachin, was er bringt von der Ketzirat, ist ein Ketzirat von der Nachmittag Ocht. So, die Gemüse, ab und neuerlich Ketzirat, Tamrober der Echates, der Mann, der Zweite, von der Zweite, der Meluge. Du leidst noch, war der Echates Fall von Ruhr gewesen, Echates, der Mann von der Zafri. Echates, der Mann, der Meluge, was Echates, der Mann, das ist gewendet von der Zafri, auf der Ketzirat der Tachin, von der siege Echates. So, die Gemüse, die Gemüse, attempted der Mann von der Nachmittag, Aber Sie sind auf die Decke, dass Sie da, um die Erste Belegung mit dem Zirn zu stellen. Und von dem Zirn ist erster Belegung, der Zirn zu stellen, die Erste Bewerbung ist. Bei dem vierten Belegung wird er noch eingestellt. In der Zeit wird beide Arbeit von der Zirn aus dem Zirn ab und im Zirn ab und der Zirn ab und der Zirn ab. Aber so ist es, dass die Knie mit einem Knie verbunden ist, dass die zweite Knie für die Nachmittag ein extra Korben bringt. Wenn er die Korben auf die erste, auf die Knie und die Knie von Zufri, schlägt er automatisch die Nachmittag, er bringt die Einkommen gratis und so für alles. Dann aber er bringt die Nachmittag für die Knie, die Knie von der Knie schlägt die Knie von Zufri mit den Knie an, weil die Knie und die Knie von Zufri geht zusammen. Aber die Knie von der Knie, die Knie wird auch so, das geht weiter. Weil das Problem ist, dass ich hier in die Knie von der Knie von der Knie habe zwei extra Knie. Soll ich aber auch bei ihm, die Knie nach dem Knie gerät. Er hat als die Knie, die Knie bringt, er hat als die Knie, er hat als die Knie, er hat als die Knie bringt, die einigen einigen er sagt dass der der kleine was er bringt es startet so, wenn er bringt auf die Kzire von der Gmittog, die Kzire von der Gmittog schleppt die Kzire von zufrieden die Kzire von zufrieden schleppt die Kzire von zufrieden er sagt er einmal die Kzire von zufrieden werkt schon in der Krippe, arbeitet schon auf die Kzire von der Gmittog das meint es greide, greide einschleppt den zweiten so ist wie ein Tchuchuch train er gibt es einen Ruwe gehalten nein, Ruwe gehalten, die Kzire bleibt extra was sagt, wenn er dann macht sich von der Kzire die Kzire schleppt die Kzire von der Gmittog die Kzire von zufrieden schleppt die Kzire von der Gmittog alles ist fein aber wenn er das bringt auf der Gmittog das verbringen zwei so meine ich hat er an der der Kzire von der Gmittog schleppt die Kzire von zufrieden und sie schleppt auch mit der Kzire weil die Kzire von der Gmittog geht zusammen aber die Kzire von der Gmittog kann er schleppen die Kzire von der Gmittog weil das ist ein Zivat in der Baie das ist der Eins Friede, ich muss mich leider auf die Kzire und Ruwe gehalten und Ruwe gehalten die Kzire von der Gmittog als eins schleppt den zweiten die Kzire von der Gmittog die Menschen die Kziree sind und die Kzire die Kzire mit einem zwischem blenden und� nicht indem sie und nur destination also da bringe akob mechatas wachuzer wachol kezais bekitze, der sandte gemoer du, masen und mit beiseuchet lau mazugen, als ametschot michal schabes gewinnt tausend mol so maglein ta ganze Zeit, wenn ein nur getein das auch beheuert tausend mol, na gemeint me meg, yedden da bringe ein kob mechatas, aber da luche yes, der sandte sagt, adafa bei gedenken wifem mole hat es getein lau mazugen, ametschot mich gewiss, me meg gefur no schabes mit akar, haganza leben ist er gefur no schabes mit akar, mashiach kommt, er wird gefuhr ametschabes in der schabes mit akar, und er zog dem man, er gefur no schabes mit akar er gefur no schabes mit akar, nicht nischgetut so wenn ich gehit bringe akob mechatas da fuhum hacheshben, wie vermole gefur no schabes mit akar, du musst lieber nicht gedenken, dass er gefur 10.000 mol, 10.000 mol zu gefur no schabes mit akar, er zog nur dem man, 10.000 mol so wenn ich gemacht hacheshben, amazugen jeden schabes, wenn er gefur no schabes mit akar und er getraut, zirik zu treken ja, alle schabusem er hat sich dem man, nachdem nochmals hat er gebring, die akar, mashiach hat sich gemeldet, er gedenkt ein schabes er gefur no schabes mit akar, er zog davon bringe akar, mashiach so starte ich, die akar mashiach er bringe akar, wie sie steht in der teure in der teure steht, wenn er neudat und neudat einlöf akar, so er kann bringe akar mashiach, aber er darf wissen, ob wuss er bringt es er kann bringe akar mashiach, aber er darf wissen, ob wuss er bringt es schau, du gewängst amas, so ein mensch hat gegessen, die akar mashiach eingeseist, er gestern hat zweite gesaist, und beide gesaist um seine gewähne, seine gewähne hat nicht gehad, kann je die, bin a time am tu nicht schau, ein, nur damit ist er gewurg geworden, ach weich, er gegessen nach heilen, aber wuss er noch dem man von ein gesaist ja, so die gemurte in, 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 wusser woche, öid gesaist nur damit hat er gegessen, noch gesaist, hat dritte gesaist ba haluma schal scheini das heißt, der zweite hat sich noch nicht dem mann von der zweite das heißt, es kommt also so, er gegessen eins, der zweite hat er gegessen mit der haluma von der aber der Mann hatte sich nur auf der Erste, nur dass er sich der Mann auf der Erste hatte gegessen hat Dritte, so der Zweite in der Dritte gewinnt mit einem Halome, in der Erste und der Zweite gewinnt mit einem Halome. So die Gemurde, umarove, heiwi korben, Tomere gebringt, umarove, heiwi korben, alle Rischen, Tomere gebringt auch Korben auf der Erste Gesayes, Rischen wahrscheinlich in der Schapren, in der Erste und der Zweite Gesayes wird mit einem Korben, weil der Erste und der Zweite gewinnt mit einem Halome. Tomere, Tomere aber schlischi, einem Schapren, der Dritte hat nicht gekämpft, warum? Weil der Dritte doch gewinnt, er hat doch schon gehabt die Idee auf der Erste. Wie geht's, wenn er bringt er Korben auf der Erste Gesayes, der Erste und der Zweite wäre mit einem Halome, aber der Dritte nicht. Heiwi korben, alle schlischi, Tomere bringt er Korben auf der Dritte, schlischi wahrscheinlich in der Schapren, aber er ist noch einer Schapren. Weil der Zweite und der Dritte gewinnt mit einem Halome, aber der Erste nicht. Heiwi korben, alle schlischi, in der Schapren, keller. Der zweite ist gewinnt ein Halome mit der Erste, ein Halome mit der Dritte. So, wenn er bringt auf der Zweite, automatisch bringt er einen Korben. So, die haben wir dabei, aber er hat viele Heiwi korben, alle schlischi, mit einem Schapren, keller. Aber er sagt nein, er bringt einen Korben auf der Erste, welches der Dritte auch mit einem Kippen. Verwurz, weil der Erste schleppt der Zweite, ist der Zweite schleppt der Dritte. Das heißt greide. Aber ich komme mit dem Müssig von greide. Weil der Erste, hat er kaputt, der Erste mit der Zweite, was geht mit einem Halome. Einmal war der Zweite, ich gewinne einen Halome mit der Dritte, schleppte schon der Dritte auch. Du seht mir, nein, Müssig von greide. Verwurz, aber Rübe hat er halt nicht greide. Du, bei uns, Gummara, du, hat die Gummara gezogen, dass Rübe hat auch greide. Rübe sagt, wenn er eine Korben auf der Nachmittag, auf der Kippen von Nachmittag, automatisch ist er ein Kippen mit der Kippen zufrieden. Weil die Kippen zufrieden nachmittag ist ein Kippen, das ist ein Aweire. Und einmal, als er sich mit der Kippen auf der Kippen schleppt, dann schleppt er schon der Dritte auch. Ja, das ist greide. Wenn meine, Verwurz, wenn er Leute wie er steht, du, halt nicht Rübe beklagt der Zweite von greide. Rübe lernt nicht, als er schleppt. Rübe lernt er, dann bringt er auf der Erste, ist der Erste und der Zweite, wenn er in der Kippen, als er in einer Lüme, aber es schleppt nicht der Dritte. Einfach, die Gummara, du musst dir schauen, aber er ist gehalten für die Arbeit, er hat aufgeklärt, diese Wurre von greide, und er hat getauscht, was er meint. Mit vielen hat er nicht gehalten, diese Wurre von greide. Einmal, aber Abaya hat gesucht, diese Wurre, so die Gummara hat er gehabt, also Abaya ist gerecht, du hast eine Wurre von greide. Wenn meine, einmal Abaya hat es gesucht, hat er auch das so gehalten. Er hat gehalten, das du hast die Wurre von greide. Bei meiner, so die Gummara, wegen dem Halter, hat die Kitzire, die Kitzire von Nachmittag schleppt die Kitzire von Zafri, und die Kitzire von Zafri schleppt die Tchina von Zafri. Aber bei meiner, so die Gummara, weil einmal, ich halte greide, die Kitzire schleppt die Kitzire zusammen mit der Tchina. Aber bei meiner, so die Gummara, die Gummara, die Kitzire zusammen mit der Gummara. Einmal, als er halte, so wie die Wurre von greide, soll er auch gar nicht als das Wurre rogen. So, wenn sie nachmittag die Kitzire schleppt die Kitzire von Zafri, die Kitzire von Zafri schleppt die Tchina von Zafri, die Tchina von Zafri schleppt die Tchina von Zafri, und die Tchina von Zafri schleppt die Tchina von Nachmittag. Und für die Gummara, die Gummara ist gleich, die Gummara lässt gleich. Allein ist das Wurre, aber sie kennen so, die Gummara, die Gummara. So, wenn die Gummara sucht, er lernt nur das Wurre, als die Erste, wir lernen nur einmal, wenn die Tchina von Zafri noch mit der Tchina, die Tchina von Zafri schleppt die Tchina von Zafri in die Tchina, die Tchina, das ist die erste Gummara, aber das heißt, die Kitzire, die Kitzire, nicht ganz Gummara. Kitzire, Kitzire geht zusammen. Weil, wie die Gummara, wenn einer zwei Gummara hat, er lernt nur eins. So, die Kitzire, die Kitzire hat nicht mit Gummara. Die Kitzire, die Tchina, ist ja auch mit Gummara. Jetzt die Tchina, die Tchina schläppt die Tchina, das ist ein Gummara der Gummara. Er lernt nur ein Gummara, er lernt nur zwei Gummara, und die Tchina hat auch zwei Gummara. So, die Gummara, die Tchina, die Tchina, das heißt, wenn die Gummara steht, wenn die Tchina, die Tchina, die Zudminame, die Tchina, das heißt, dass man einen Menschen, der halben Gräuers, der halben Gräuers, der Schabbat, 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 der Schabbat. Ich habe gefragt, was er jetzt darfst du? Ich glaube, dass wir in einem . Er ist 20 Stunden d.h. Nach Mittags Wir twor porque er sagt ein. Nach Mittags to announce loro 그러� oder zu denken, wenn sie einen Schabbat Sie schreiben. Sie enden pipe Fahrven ab. Sie enden eine Sau. V ceux, der Schabbat vor dem Schabbat erzählen. Jagal Mine. und wie viel sie darf sein damit. Selbst so die Gemüse, Thomas hat die Menschen geschnitten mit zwei. Er geschnitten mit halben Geräus zufrieden, halben Geräus nach Mittag, so die Gemüse ist zufrieden. Frey, die Gemüse, wie ist das Thomas zufrieden sein? Aber der Schäuig gibt es einen anderen Schäuig. Du gibt es einen Schäuig für den Schäuig, für den gewissen Schäuig. Er ist nicht so gut, sondern sieben Tage zufrieden, er gemeint hat sie sind. Wenn du da geschnitten mit halben Geräus, nach Mittag, er hat sich ein gewissen Schäuig, aber er hat gemeint mit mir geschnitten, am Meek. Am Meek ist ein Schäuig. Er hat vergessen, dass er eine Schäuig ist. Aber ich habe gefragt, dass beide halben sich mitzitarren, was die anderen machen. Wenn du nicht so gut anfangen, wo ist die Kinder? Die Kinder haben sicher, dass sie sich mitzitarren. Er hat eine, die Kitzige schlägt die Kitzige. Er hat noch gesagt, dass sie schlägt die Zweite Tachina, die Kitzige schlägt die Zweite Tachina. Aber die Kitzige, die Kitzige, sie sich mitzitarren. Und er hat die Kitzige, sie sich mitzitarren. Und so die Gemüse, warum er weitergeht, geliebten sie mitzitarren? Wie bald als ihr das Ganze dreht? Sie brauchen noch extra Kitzige. Gezündig sind, dass sie ein Kitzige schlägt, wenn sie nicht mitzitarren, wie bald als wir hier arbeiten, für eine extra Schäuige? Sie brauchen noch extra Kitzige? Warum? Das ist eine extra Kitzige? Wenn sie so nicht mitzitarren, auf sie, wenn sie so nicht mitzitarren, wenn sie so nicht mitzitarren sind, wie ist sie so von sie? Sie sind doch von sie, dass sie nicht mitzitarren. Bei meiner Ein Regenor Bei meiner so die Gemüse Seit man dich als Zayim duchu gelernt Als wir bald als er gelieken Lechathuas Es ist nicht mit Starf In Zayim gehalten Als er nicht gelieken Lechathuas Als er kennt sich mit Starf So die Gemüse Wie ist das? Als man extra Lechathuas Es ist nicht mit Starf So wie ist das? Die Gemüse Die Gemüse So wie ist das? Also In so die Gemüse Ich will Das Gemüse Die Gemüse Lechathuas Und So die Gemüse Es ist ein 5% der Alkanzleihe. Das ist ein 5% der Alkanzleihe. Ja, und in der Krise hat er gegessen, ein Stück Fleisch. Als die Stück Fleisch als die Hälfte gehören, eine 1,5, 1,5 und 1,5, eine 1,5 hat er gegessen, aber sie hat 4 Alkanzleihe. Das ist ein 5 auf jeden Alkanzleihe. Das ist ein 5 auf jeden Alkanzleihe. Sie kommen immer mit mir ein paar, oder mit mir, also. Als Thomas der Alkanzleihe, es ist ein 5 extra, und Thomas' 1 Alkanzleihe ist ein 5, noch eins, sagt er, sie schäu mir bei mir, ich habe mir im Harbe, nur dann habe ich extra schäu mir, wo es einer war, hat er schäu mir mehr von anderen war, als was, schäme ich euch, dass sie es ist, und ich schäu mir euch, dass sie es ist, er gestern eine halbe gezeist geheilf, nur dann muss ich gestern, betocht ich alles verrascht, in wie viel sie ist, vier Minuten, drei Minuten, hat er gestern eine andere halbe gezeist, so die gemoerde sich geheilf, was ich mit starf, habe ich mich schneid, wie ein Puter, er gestern eine halbe gezeist, neusser, in der drei Minuten, vier Minuten, hat er gestern eine halbe gezeist, pego, so die gemoerde sich nicht mit starf, was er nicht, weil es eine halbe gezeist, wenn die a weide, es ist eine halbe gezeist, wenn die a weide, so die gemoerde, war wie eine Bama, meine, ich habe drei, ich habe zwei, ich habe zwei, das ist eine weide, wo man das schluck, ich habe ein paar Tettini, ich habe meine Kinder, kann ich auch nicht beschneiden, hat er gestern mit zwei Sorten gekächt, er gestern musste zwei halbe gezeist, so heile, hat er gestern eine halbe gezeist, so gebrüht, noch mal so, eine halbe gezeist, wenn ich gekocht habe, weil er bescheuert, in der Omer, kann ich ihm noch halten, wenn er bescheuert, mit der Krise ist, dass er zwei gezeist wird, ein gezeist ist gekocht, ein gezeist ist gebrüht, dann verbringen wir extra Karpelung, das heißt, er fülle sich mit einer halbe, weil sie eine andere Sorte essen, er fülle sich das selbe a weide, kriege ich es um, wie extra a weide ist, wenn er nicht essen, dasselbe gekocht a weide, es ist ein kleines, also говоря, bescheuert, es geht um auch noch ein mit der ンテ in alle Chimre kommen. Als man einen gegessen hat, zwei Gesäß, ein halber Gesäß, ein Gesäß gebroten, ein Gesäß gekocht, dafür bringen zwei Chatur. Aber wenn man halber Gesäß gebroten hat, halber Gesäß gebroten hat, sagt man nicht, wie bald das Gesäß gebroten hat, das Gesäß gekocht hat, kennt man sich nicht mit Starofsand. Sie kennen sich ja auch mit Starofsand. Mein Name wollte ich nur fragen, wie es dir gesagt hat, das wurde, wie man sieht, als man gab Chatur, als du sagst, was ich habe, was ich habe, was ich habe, oder was ich habe, oder aber wenn er so ein Gesäß schieges Maluchus, wenn er so ein Gesäß schieges Maluchus, hat sich das was, wie bald das leggebe Chatur, das verbringen extra. Aber wenn er halber Gesäß und halber Gesäß, das ist nicht mit Starofsand. Tarih, die Gemüse, das sieht man, der Missik, als ich kann sagen, wenn ein Gesäß gebroten hat, ein Gesäß gekocht, das verbringen zwei Chatur. Aber halber Gesäß gebroten hat, halber Gesäß gekocht, das ist richtig mit Starofsand. So die Gemüse, die gelieken an der Chatur, sind mit Starofsand. Um, bei der Gemüse, der hat sich das Gefühl, dass der Erich und er hat die Gemüse, so kann man halt ein Gesäß und rein hüster Tee, aber dann wird er nicht gut zum Sinne vergeben. Aber das ist nicht sehr Wissen, Das ist eigentlich so, der 2.000-Jahre ist mit späbھ und dann hat er 7.000-Jahre ist mit 1.000-Jahre ist mit das ist ein Gesäß, er hat das ein Gesäß, er hat das gesäß, bei der Gemüse ist mit , die inneh��� hat alleят das kommt. Die werden wir, der 2.000-Jahre ist mit Meint nicht Schnee Minam, Schnee Minam meint nicht Chayleba neusser. Leulam ist gewinnt der selbe, selbe Chaylef. Er hat gegessen die Aweiere von Chayleba. Vaya Kurala Schnee Minam, Schauchli mit Schnee Tamchian. Weißt du, was er rief das so ein Schnee Minam? Schnee Minam meint nicht zwei Sorten Aweires. Es ist der selbe Aweiere, was er zu öffnig gewinnt mit zwei, mit anderen Sorten. Du hast gegessen, gebroten, das gekocht. Vaya Kurala Schnee Minam, Schauchli mit Schnee Tamchian. Rebischia, du meint Tamchian mechalkan. Vokum Aschmallon, du meirebischia. Beine Kille, Beine Chimre, du meint der Breiser. Der Breiser sagt so, er hat eure gewinnt, der selbe Aweiere, eins gewinnt, gebroten, eins gewinnt, gekocht, er ist es nicht mit Staröf. Das Tatsch, Dezus Rebischia hat gesagt, als er erst ein halbe Gesaise, als zwei Gesaise, von Chaylef, eins gewinnt, eins gewinnt, gekocht, da verbringen zwei Gatorze, hier und den, auf den anderen Weg. Er hat jetzt ein halbe Gesaise gebroten, ein halbe Gesaise gekocht, er ist es nicht mit Staröf, was es zwei Aweires. Kommt doch aus, wo stehe du. Also, wenn ein Mensch ist oiwer, weil wenn ich den oiwer extra Gesaise, darf er bringen zwei Gatorze, wenn einer ist oiwer, ein halbe und ein halbe, kennt sich jetzt nicht mit Staröf sein. Oiwer so ist es, es ist gesagt, wie sie gemoriert für die Gesaise. Für die Trottel ist eine Gesaise, wenn einer, wenn er gegessen hat, sie geschah, sie sind mit Meluches. In Vibauta, der Luchie ist, einzig gewinnt, sie sind mit Meluches. Nein, sie gewinnt, sie sind mit Schabes, sie sind mit Meluches. Hat er gut, aber wo ist das Vibauta, legabe Gatorze, darf er bringen extra Gatorze? So, wenn sie gewinnt, ein halbe Gatorze, in ein halbe Gatorze, ist es nicht mit Staröf. Weil, also, wie bei der Gatorze, sieht man, wenn man da bringen extra Gatorze, ist es nicht mit Staröf. Meine Zuckter, er lernt, also, schluckisch, er rübergegangen, auf der Seife, in du hast er geteilt, ausgelandet von der Preise. Also, oi, oi, bliegabe Gatorze, der Schir, ein Schir gewinnt, wo es da Luchie ist, wenn man da bringen extra Gatorze, ist das selbe, das ist, wenn es geteilt, in ein halbe Schir, davon, ich bringe noch extra Gatorze. Das Gatorze kennt sich nicht mit Staröf. So, die Gatorze mit der Seife, bei mir necht, der Schneid am Kion, mit dem Kall der Reiche, diese Staten der Reiche, als sie gewinnt, ein Minch Eilif. Bei mir necht, der Tamke Eilif. Das Gatorze soll nachholen. Früher, die Gatorze, diese Staten der Reiche, an zwei halbe Gatorze, mit Staröf, und die Gatorze gefragt, bescheiden, und die Gatorze, die Gatorze gewinnt, zwei, sie gewinnt, eins gewinnt, gekocht, eins gewinnt, aber bei der zweite Luschen, kennt doch die Gatorze, der ist nicht jungen. Weil die Gatorze sagt, diese Staten der Seife, Schneid am I, ne, wuss ich mein Schneid am I, ne?